Mit der Munition kenne ich mich leider gar nicht aus. Du hast doch die Magnum, oder Christian? Ja. Ich schmeiße die Boden ein bisschen... Ja, sogar. Äh, was? Ich hab dich gerade nicht richtig verstanden. Die Magnum, die Munition. Die schmeiße ich dir da gerade hin. Wie Sie sehen, sie erscheint gleich. Ja, echt. Ja, dauert eben. Also, sind das 30 Schuss, oder? Ja, 30. Okay, weil da halt zweimal 30 steht, aber soll wohl heißen, dass da 30 von 30 drin sind. Ah ja, und da wo Henrik gerade mit seinem Arsch drauf sitzt. Jojo, ich muss eben hier mal was essen. Habt ihr schon mal ausprobiert, ob das Kochen derweil funktioniert? Nee, aber ich hab auch keine Kochutensilien gerade. Nee, funktioniert noch nicht, glaub ich. Okay. So, Moni, da. Nee, was ist das jetzt? Das ist... 3,50er für die Magnum. Nee, ich hab jetzt hier gerade nochmal irgendwie, äh... 20 Schuss, oder irgendwie sowas für die... Ja, 8 Schuss sind da noch drin. Das hab ich weggeschmissen. Achso, das ist das andere, Leute. Achso, okay. Das ist das alte. Ah ja. Andere sind so Einzelne. Ja, alles klar, hab sie. Dann lass mich die nochmal ganz kurz durchladen. Ey, manchmal verreißt mir dieses Gelegge echt so tierisch die Maus. Ganz komisch. Äh, hallo? Nimmst du die mal in die Hand? Also, das funktioniert manchmal noch nicht so richtig mit in die Hand nehmen und so. Nee. Kannst du mal zweimal drücken oder auf da. Diese Richtung ist Westen, ne? Wenn ich mich nicht... Bist du denn? Ich seh den nicht. ...irre. Magst du meinen Kompass haben? Du kennst dich ja besser auf der Map aus. Dann geb ich dir den. Ja, gut, aber ich... Ja, also, das musst du wissen. Also, wenn du den bären kannst, ja. Ich nehm den wohl. Aber... Ja, wobei... Wobei ich halt gerade denke... Ähm, ihr spielt ja schon öfter mal ohne mich. Genau. Ja, ja. Dann ist das vielleicht zum Wiederfinden besser. Also, ist das Westen jetzt, wo ich hinlaufe? Ja. Aber man muss auch halten die Richtung jetzt. Dann müsste da... Ja, ein bisschen mehr nach rechts. Ganz klein ticken. Tippen. So eine Folgenfunktion wär cool, ne? Ich hab mir gerade hier so ein... So was Geiles zwischen die Tastatur geklemmt. Das mach ich gerade Dauerlaufen. Und kann jetzt nebenbei noch ein Zigarettchen drehen. Und ziehen. Geil, ne? Toll. Du bist doch wahnsinnig. Joa, jawoll. Also, mein echter Kompass, ne? Der sagt was völlig anderes. Hast du einen echten Kompass am Mann? Hab ich am Mann. Hat er am Fahrrad. Nee. Okay. Ich hab nicht die Kompassglocke. Alles klar, kriegst du halt eine von mir. Ja, ich muss echt sagen, mir gefällt das mit euch zu spielen. Macht echt Spaß. Ja, so lustig. Man fahren mit Leuten in der Gruppe und so. Vor allem, wenn wir mal Glück haben und endlich mal alle zusammenkommen, dann sind wir insgesamt sieben Leute tatsächlich. Das wird, glaub ich, echt anstrengend, aber cool. Ja, aber es ist mal was anderes. Da vorne ist es geschwinde. Lauft ihr gerade noch aus dem Wald raus oder so? Ja. Ich auch gerade. Oh, das aber wird wieder voller. Okay. Ja, tatsächlich. Alter, ich hab ständig Hunger. Ich muss schon wieder was essen. Ich auch. Ich hab doch gerade erst ne ganze Dose aufgefuttert. Verrückt. Ich hab das Gefühl, man muss einfach irgendwie voressen. Also so, dass, dass man... Ja, sich so vollstopfen irgendwie. Was ist Lars? Weiß nicht. Der steht wahrscheinlich irgendwo im Wald und, äh, isst. Ich bin immer wieder begeistert, wie geil die Texturen hier sind, ne, in dem Spiel. Ja. Was war das denn? Das war mein Gewehr, wie ich's nachgeladen habe. Okay. Wenn es auf deinem Rücken war. Na ja. Das ist halt die Logik. Ah, da vorne ist Lars. Okay, los geht's. Lars, äh, linkser. Linkser. Noch linkser. Okay, aber dann laufen wir nicht mehr nach Westen, oder? Ja, aber hier ist Geschino, glaub ich. Also ich find halt, wo du gerade die Textur ansprachst, äh, die Charaktermodel sehr geil. Ja, das stimmt. Ja, das war, da hat sich auch echt was gebessert, also... Ja, vor allem, vorher sah halt jeder Survivor, sah gleich aus, ne? Hat's halt immer irgendwie, ne Westen, entweder ne weiße oder ne schwarze Hose, oder ne blaue oder ne schwarze Hose, und dann weißes oder ein dunkeles Hemd. Ja, das waren halt vorgefertigte, vorgefertigte Modelle aus, aus Armor. Die haben halt alles einfach so übernommen. Ich hab kein Zombie mehr. Oh, da vorne, wo dieser Eumel in die Luft ragt, ich glaub, das ist Geschino, und dahinter, müsste das Airfield sein, das Nordwest-Airfield, das ist... Und da ist dieses mega-riesen-Militärlager hinter, dieses mit den Zelten. Ja, das war das mit den Russen damals. Ja, da könnt's in der Tat ein bisschen gefährlich sein, ja. Ich seh den Riesen-Eumel aber noch nicht. Ah, der ist links von uns da, dieser, dieser Runde da. Ball. Ach, da hinten, ja. Dieser Wetterballon, oder was das ist. Ich hab auch völlig in die falsche Richtung geguckt. Wollen wir da hin, oder wollen wir geradeaus weiter? Ja, wir laufen hier in die Bäume, würd' ich sagen, und dann kommen wir mal. Ja, Geschino ist nicht so spannend, aber... War Lars grade, glaub ich? Ja. Soll ich, ja. Ich weiß, dass ich heute total weit mit meinen Uni-Sachen gekommen bin, ne? Echt ehrlich. Ihr habt ja heute schon vor mir gespielt, ne? Ja. Ah. Ach, ne. Ja. Ah, ich bin stolz auf euch. Ja, aber nur, weil wir gestern oder vorgestern alles verloren haben. Das wär ja... Oh, du hättest uns sehen müssen. Wir empfanden, das sahen auch geil aus. Wir haben doch Fotos davon. Ja, okay, Hendrik, du sagst eigentlich genauso aus wie jetzt. Ja, stimmt. Was, was habt ihr gemacht? Warum seid ihr gestorben? Ach. Ja, ich bin durch diesen komischen... Geh mal auf den Balkon und stirb, Buck, mitstorben und, äh... Ah, okay. Lars, weiß ich gar nicht. Ich bin, äh, im Krankenhaus von der Leiter gefallen, im Militärlager. Ach ja, so den klassischen Heldentod. Ah, geil. Hört man ja öfter, ne? Elite-Soldat von der Leiter gefallen. Tot. Pech gehabt. Ja, schade. Zombie-Apocalypse überlebt, aber leider die Leiter. Äh, äh. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Also, wir hatten das, äh, bei unserer letzten Runde, dass wir einfach verreckt sind, weil wir krank waren. Echt? Ja. Irgendwo in der Pampa krank geworden. Und dann war's das. Hm. Oder viel geiler noch, ich, ich, äh, wurde von einem Zombie all das eine Mal gehittet und dachte so von wegen, ja, ich schluck jetzt einfach mal Antibiotika. Kann ja nicht schlecht sein. Und dann krank. Geil. Total toll. Ähm, halt die Sache, du musst irgendwie erst versuchen, deine Wunden zu reinigen und... Ja, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, bis du's mir heute erzählt hast, also... Ja. Wussten wir am Anfang auch nicht. Also, das war halt in der Mod auch noch total anders. Da war's halt super simpel eigentlich. Ja. Und es ist ja wohl irgendwie so, wenn du von faulen Früchten krank bist, dann sollst du erstmal eine Zeit lang nix essen. Okay. Ja, und dann nur noch Gutes für euch. Ja. Nur noch ihr Sanos-Tot und sowas. Oh, da fängt schon das Militärfeld an, wa? Agrotan trinken. Wir gehen mal in den Wald rein, oder? Ja. Ja, jetzt sollten wir uns tatsächlich mal eine Strategie überlegen, wie wir da rangehen, weil das kann jetzt echt hier ein bisschen... Das kann jetzt noch nicht jedes Ende nehmen. Dann lass uns mal hier eben in den Wald setzen, ich muss eh was essen. Ja. Hat noch jemand was zu essen? Tatsächlich nur noch zwei Dosen. Oh. Oh Mann. Krieg nie Durst, aber ich krieg ständig Hunger. Das ist total seltsam. Ja, das hab ich in letzter Zeit auch. Ist das falsche Zeug. Immer nur salzige Sardinen, dann kriegst du natürlich schnell wieder Durst. Oder trockenen Reis, oder sowas. Aha. Aber sowas hab ich ja nicht. Hm. Ja, Schlacht, was vor? Wie wir da rangehen. Ja, wir schleifen uns ja jetzt hoch, würde ich sagen. Und dann gehen wir rechts lang, bis wir an dieses Mega-Camp kommen. Also da ich ja mehr oder weniger der Scharfschütze bin, würde ich sagen, ich bleib ein bisschen weiter hinten, oder? Ja. Ja. Nur noch gucken, wie wir das mit dem Camp machen. Du musst dir halt irgendeinen Punkt suchen, von dem du das relativ gut überblicken kannst und dann uns halt immer im Blick behalten. Ja. Gerne. Ich ordne grad mein Inventar auch mal ein bisschen durch. Hä, hat der schon wieder Hunger? Ich glaub's ja bei mir nicht. So. Ich ess und trink mich mal eben ein bisschen voll. Ja. Ich glaub, das ist keine schlechte Idee, dass man da nicht irgendwie Hunger bekommt. Letzten. Schnauze haltend. Okay. So, Lars sitzt vor mir, wo ist Henrik? Haben wir eigentlich Bluttests gemacht oder so? Nein. Ne, ich hab mal jemandem Blut abgenommen, da stand aber keine Blutgruppe oder irgendwie sowas. Ne, das geht nur im Bluttest-Kit. Das könnte man jetzt mal machen, um festzustellen, ob irgendwer von uns ähnliche Blutgruppen hat. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben ist, aber... Ja, wahrscheinlich. Ich denke, wenn wir hier angeschossen werden, sind wir sowieso tot. Ähm... Wo seid ihr? Äh, ich lauf gerade den Berg hoch. Henrik? Ich glaub, ich hab gerade jemanden gesehen. Schau nicht so an. Wo bist du? Ich bin, äh, vorne am Zaun und dann am rechten Rand, sozusagen, vom Wald. Jetzt, ich hab gerade rechts jemanden... Da seid ihr doch. Da bist du genau neben mir. Hier. Hallo. Hä? Links von dir. Links von dir. Ach lol. Guck an. Verrückt. Ja, auf der anderen Seite ist, glaub ich, gerade jemand gelaufen. Da ist der andere Wald, oder was? Nee, nee, hier... Na, jetzt hier rüber und dann ist ja noch so ein Waldstück. Da seid ihr beiden. Okay. Hallo, ich bin hinter euch. Da gucken. Das ist aber krass. Wir müssen uns mal eben... Wir sind jetzt auf jeden Fall, äh... Von Grund auf erst mal nicht... Kill on site, oder was? Also wir versuchen jetzt mal, das freundlich zu... Also wir versuchen, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, oder freundlich, oder versuchen wir die Leute einfach nur... Naja, ich würd schon sagen, wir versuchen, dem Scheiß aus dem Weg zu gehen, aber wenn die Leute halt... Ja, wenn die Leute keinen Eindruck machen, dass sie irgendwie Bock auf Freundschaft haben, dann... Ja, dann werd ich halt, ja... Werd ich nicht lang zögern, glaub ich. Nee. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt aufpassen, ähm... Dass ihr immer in meiner Nähe bleibt, beziehungsweise mir sagt, wo ihr hingeht. Ja. Weil ab jetzt ist, äh, Freischuss. Ah. Direkt, du bist, äh... Am Zaun. Ich riskier's jetzt einfach mal. Weil du bist fürs Beobachten zuständig, weil du das A-Cock hast. Ich hab nichts. Ich hab nur so'n... Tja, wir hatten ja früher nichts. Ich setz mich mal an die andere Seite. Also... So. 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 Vielen Dank.